Hallo und wieder recht herzlich willkommen zurück hier bei Seven Days to Die. Will ich mein Onkel? Ja, ja, ja. Mit dem Snoopy. Okay. Okay, und jetzt geht's in der Dunkelheit weiter im Wald und wir suchen immer noch ein Haus, wo wir uns niederlassen. Snoopy holt am besten die Fackel raus. Ha! Ich hab die Fackel raus, ihr Ohr, ich bin Helm. Fackel im Sturm. Wirst du nicht viel sehen hier im Dunkeln. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal die Nacht überleben und dann können wir vielleicht anfangen, uns eine Hütte zu bauen. Na, ich dachte, wir wollten eine Hütte, ich denke, wir wollten nur... Also ich bin ja dafür, dass wir uns eine Hütte suchen, wo eine Schmiede schon drin ist. Weil ich... Was denn? Mutierst du gerade zum Tommi? Ey, da ist ein Paket. Vielleicht ist was drin. Nein, ist nix drin. Vielleicht ist ein Kondomadron, wer weiß. Weißt du, das ist ein Kondomentaket? Kondome. Kondome. Heißt diese komische Musik irgendwas Schlimmes? Ah, fuck. Sollen wir hier wirklich weitergehen? Weil wir kommen hier ins Nebium. Und da sind wirklich harter Zombies. Ich bin dafür dagegen, dass ich... Ich war noch nie... Warte, ich hole mal noch mal reingehen, komm. Komm, wir können ja einfach mal reinspazieren. Lalalalalala. Da gibt es nämlich diese Holzfäller-Zombies. Haben die auch eine Axt? Hier, Snoopy, du suchst Steine. Hier liegen überall Steine rum. Oh. Alter. Was ist das denn? Überall Steine. Hast du gesehen? Der Sack bewegt sich. Hier ist immer so eine Schaudermusik. Ja, dann... Ja, weil es jetzt dunkel ist. Dann wird es dunkel und dann kommen die Zombies raus. Also dann... Vorne läuft ein Schwein, okay. Das ist noch okay. Hier ist wieder ein Stein. Neben dem Schwein. Ja, normalerweise, wenn wir jetzt die richtigen Server-Einstellungen auf normal gehabt hätten, würden jetzt hier die Zombies anfangen zu rennen und sowas. Also es wäre jetzt schon ganz gefähr... Viel gefährlicher. Wie sich den Stein fokussiert hat, hat der Nächste sich schon aufgehoben. Hier ist noch einer. Und da ist noch einer. Und da ist noch einer. Ach du, da hinten ist so... Pass auf, du läufst genau auf so einen Holzfäller-Zombie zu. Was? Oh, was? Da hinten. Ah, ich hab den Stein aufgehoben. Ich bin ein Held. So. Wow. Kann ich mir wieder extra machen. Äh, apropos... Das Problem, wir müssten mal, äh, äh, losgehen. Ich müsste looten, weil ich brauch Antibiotikum. Ich bin infiziert. Und meine Infektion, äh... Und meine Infektion, wie lange hab ich dazu noch Zeit? Zwei Stunden, 30 Minuten. Dann klapp ich weg und beiß euch. Du beißt mich nicht. Doch... Wie macht man jetzt Antibiotikum? Ähm, normalerweise auf dem Feuer. Hahaha. Deswegen sag ich ja, wir müssen... Deswegen sag ich ja, wir müssen looten gehen. Ich wurde aber auch schon gebissen und bin nicht gestorben. Ja. Manche haben Glück und manche halt eben nicht. Und ich hab eben Pech. Was willst du wissen? Oh nein, der Onkel hat Pest. Egal, wo... Wenn der Onkel doch da gestorben ist. U-Lang. Onkelchen. Ja, Moment. Ich bin hier grad noch am sortieren. Ähm, Moment. Das dahin. So, okay. Oh, scheiße. Der Zombie da, siehst du? Da ist er am Baum. Das ist unser Holzfäller-Zombie. Zu dritt sollten wir den noch schaffen, oder? Aber immer Abstand. Aber immer Abstand. Also immer versuchen, wieder zurückzulaufen. Und immer auf den Kopf. Warum rennt der? Warum rennt dieser Vogel? Was soll die Scheiße? Wir haben eingestellt, dass du nicht rennst. Alter, drauf, die Sao. Der dreht sich voll im Kreis. Der danzt dir. Ja, der kann sich ja nur auf einen fixieren. Deswegen... Ey, ich seh hier nix mehr. Also nix. Er ist tot. Drauf, holen, drauf, holen, drauf, holen. Noch lebter. Ach so. Jetzt ist er weg. Das kriege ich hin. Okay, wir haben hier ne Schaufel drin. Er ist tot. Und wir haben hier ein Oberteil drin. Nehmt euch das Oberteil. Das liegt hier um den Sack. Ach, deswegen ist vorhin so ein Sack rumgerutscht. Wie jetzt? Das ist ein etwas wärmeres Oberteil. Mhm. Okay, also wir haben hier das Problem. Wir haben die Servereinstellung so gemacht, dass die Zombies nicht rennen, aber sie rennen. Ja, ne? Hängt vielleicht vom Server ab. Also, kei... Was? Äh, vom... Zombie-Typ. Ne, ne. Die dürften normalerweise alle nicht rennen. Ja. Hast du dann hoch, oder? Ich will raus aus dem Gebiet. Ich geh aber da die... Das ist mehr... Das Schneegebiet mit diesem Scheiß-Viechern da. Das ist scheiße. Ich wollte... No. Hab ich schon scheiße gesagt. So nicht scheiße. Das ist so ein bisschen junger, wo man besser ausgerüstet sein sollte. Äh, Alter, dreh dich doch nicht und renn weg. Junge. Hier sind in den Baumstumpf. Könnt ihr euch... Äh, hier ist ein Helm drin. Den könnt ihr euch aufsetzen, wenn ihr möchtet. Da ist ein Helm drin? Dann Snoopy, dann schnapp den Helm. Hey, cool. Hallo. Auf zu lenken. Helm in den Winter. Was haben wir noch da drin? Du brauchst doch nur L3 drücken, dann nimmst du alles mit. Aber ich wollte gucken, was ich mitnehme. Das sind Geschoss-Spitzen. Nimm einfach alles mit. Das ist ja gut. Ich hab ja schon alles mitgenommen. Für ein Glück. Und jetzt setz den Helm auf. Moment, wie ging das? Helm nehmen und auf deinen Kopf ziehen oder auf deinen Charakter? Dann hält's da und dann... Nee, ich will mir die Dose nicht um den Kopf setzen. Jawohl. Das ist ein Footballhelm. Ja. Die ist voll rausgerüstet. Liegt ein Stein vor dir. Der lag ein Stein vor dir. Ich hab so viele Steine mittlerweile, die du nicht einsammeln wolltest. Was heißt, ich wollte? Bis ich hier mal so fokussiert und... Nicht gesehen hab's. Ah, guck mal, da ist ein leeres Vogelnest. Da ist nix drin. Deshalb steht ja da leer. Wenn da steht leeres Vogelnest, dann ist es wohl leer, glaub ich. Ich weiß ja nicht, dass das Spiel so mitdenkt. Sonst steht da einfach Vogelnest. Und wenn das schon einer gelootet hat und ausgenommen hat, dann ist die da leer noch voll. Ich dachte, dann spielen wir da vollstens. Volles Vogelnest. Oh mein Gott, ist das da... Na, das Widerstand. Was ist denn hier los, ey? Normalerweise müssten wir doch schon lange mal ein Haus oder irgendwas gefunden haben, ey. Wir laufen wieder zurück. Wir laufen ja wieder zurück, so gesehen. Ja. Wie, wir lassen? Wir lassen mal nach links oder nach rechts? Ja, okay. Wir laufen nach links. Okay, wir laufen mal Richtung Norden. Ja, schau dir doch. Kommt der hierher? Nee, ich glaub der ist ruhig. Wer denn? Da unten ist ein Zombie. Ja, wir sind zu dritt. Wir sind zu dritt. Er ist alleine. Ich seh ihn nicht mehr. Ich halt deinem Kopf da. Ich schalte mein Kopf da. Ich sage, Onkel sieht Sachen, die siehst du nicht. Unter. Ich nehme mir erstmal hier die ganzen Pflanzen immer mit. Immer alles mitnehmen. Genau. Kann man immer irgendwie, vielleicht, gebrauchen. Achtung, neben hier. Alter. Ah, die Scheiße. Ja, nee, hauen. Ich hau mit der Fackel, dann brennt er nämlich irgendwann. Siehste? So, draufhauen, draufhauen, draufhauen. Moment, nach unten drehen. So, jetzt ist er tot. Ach, ist die Sichtsteuerung herrlich. Hatte ich das schon mal erwähnt? Hatten wir gleich wohl zulegt. Der hat Eier drin gehabt. Er hat dir gesagt, ich soll draufhauen. Ein Messing-Türgriff ist, also sieht aus wie drei Eier. Kannst du, den Messing-Türgriff kannst du auch zulegen. Oh, renniges Brot. Oh, shit, wir kommen ja wieder zu. Da oben ist noch jemand. Der rennt sogar. Wo? Wo? Da oben. Da wo ich hinkucke. Hund gucke. Jupp, der kommt zu uns gerannt. Der kommt zu uns. Der kommt zu uns. Der kommt zu uns. Da oben her. Ähm. SW. Südwest. Zeig doch. Wo ist ein Bogen her? Das ist doch mit. Ah, ich sehe. Hinten bei den großen Felsen. Ist doch mit in der Quest gewesen, Bogen herstellen. Oh. Fertig, ein Holzknüppel. Okay. Bei Holzknüppel bist du erst. Ja. Also wir sollen, glaube ich, weg. Weil hier kommen immer mehr Zombies da hinten. Echt? Ich habe schon wieder am Horizont noch eingesehen. Warum siehst du mehr als Icke? Hast du Röntgen oben? War, geht's ernst? Da würde ich ja hinten meine Wand sehen. Wie eine Wand. Wo bist du? Da würde ich doch meine Wand sehen, wenn ich einen Röntgenblick hätte. Da würde ich da durch ein Bildschirm durchgucken. Ja, mein Gott. Ich meine nur im Spiel. Lubi, kommen Sie mit? Ja, ich habe meinen Pfeil und Bogen. Jetzt auch mal ein Inventar reingezogen. Oh, ich dachte gerade. Aber. Ich habe immer nur drei Pfeile. Ach nee, das ist wieder nur so eine Ruine hier. Ja, einmal hin. Ist das Eisen? Ist das Eisen, oder? Ja, da kriegst du ein Teil raus. Stahl. Und hier, das andere Zeug, das ist dann Stein. Richtig. In Ruingebiet muss ich auch wieder sagen, Achtung, hier rennen Runde rum. Ja toll. Ich höre schon wieder was. Ja, hier. Hier ein Zombie. Komm hier zu Hilfe. Geh weg, du Sackgesicht. Da kommt noch einer. Hinten, Alter, hast du dich verlofen, oder was? Ach, nett, wie wir zu dritt auf dem Rumprügeln, ne? Aber wo will denn der immer hin, Alter? Das ist ja noch einer. Wo kommst du denn jetzt her? Alter. Ich bin geliebt. Alter. Alter, ich verreckle ich. Ähm. Alter. Ach, tut ja. Junge. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wo ist denn? Er brennt, er brennt. Und wenn er brennt, dann stoppt er gleich. Okay, ich hab die Blutung gestoppt. Ach, Bluten kommen hier auch noch. So. Ich hab noch ein bisschen Energie. Das heißt, ich tu mich erst mal verbinden. Ja, ich... Hat hier doch irgendwo ein Verband. Ich hab hier noch irgendwie sowas in der Richtung. Du brauchst ja selber. Achso, ja dann. Behalte ich's halt. Ich würde mich mal selber heilen. Du hast ja auch ordentlich abgekriegt, Kollege. Wo sieht man das überhaupt? Ach, links. 78 von 100. War nix. Ja. Und wie heil ich mich? X, Y, nee, X, Y. Indem du das erste Hilfe-Kit in die Hand nimmst und L2 drückst. Jetzt muss man mal gucken. L2. Ist unter L1. Man mag es gar nicht glauben. Hammer. Ja, du wirst, wie ich mit Konsole bin. Also, das ist so... So, jetzt nach unten bücken und rufhauen. Hä? Achso. Eisen aufbauen. Warum? Ja, damit ich's hab. Willst du damit? Ja. Ich baue mir eine Eisenhütte. Das funktioniert nicht, also... Ich baue mir einen Panzerschrank. Einen Panzerschrank. Ja. Ja, doch mal was. Panik-Ruin. Ja, Onkel, auch eine Ruine, ne? Ich bin eine Ruine. Ich bin ein Schränk mal drin. Da. Sag mal, hast du mich das schon wieder gesagt? Wenn du mir gerade genau den Weg läufst. Lira spinnt. Gerade immer noch voll. Ach, ihr solltet doch alle hier. Ja, weil Onkel den schon... Ja, ja, Onkel und Nessen und tralala. Töp, 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 töp. So, hier an dem Spin findet du ne Jacke an so'n Scheiß? Gar nicht. Was? Was gar nicht? Hier an dem. Hier, du lügst. Warum hast du denn jetzt da draufgehauen? Also, du sollst den Spin aufmachen, Junge. Na, ich bin doch drin. Wie, du bist im Spind. Hast du dich da drin versteckt? Alter, lass. Hey, warte mal. Das Muskelshirt kannst du haben, weil das ist bei Frauen vielleicht unpassend. Was für ein Gestirn? Ja, das ist ein Muskelshirt. Ein Muskelshirt? Ja, gut. So, kannst du haben. Bei Frauen ist es dann ein Mopsshirt. Ja, dann nimmst du auch. Hau da nicht ab. Ja, was denn? Ich steh doch neben dir. Ja, ja. Ich werde mit dir dann auf mich geguckt. So, warte. Der war's. So, da hin, dann hier hin. Oh, ist das. Was ich ja auch blöd finde auf der Konsolenfassung. Normalerweise kannst du, also auf der PC-Fassung kannst du schon im Schrank zerlegen die Sachen. Und hier musst du erst die Retage stecken und dann kannst du es verlegen. So, ich hab ja ein Benzinkornis, aber hab ich denn den hier? Nicht von mir. Aber jetzt hab ich auf jeden Fall eine Baseball-Mütze auf. Hm. Ey, guck mal. Warum hackst du denn hier loben, ey? Und du hast ein Muskelshirt an. Ja. Wo ist denn der Dritte im Bunde? So, Onkel. Da lang. Da hinten, da wo Feuer ist. So, ich drücke, ich knofe. Da sind ein Baum. Hier sind Äste. Kannst du durchlaufen? Na, bin ich schon, bin ich schon. Das zeigt, dass ich mich nicht gebrochen. Das ist Eisen. Hä? Hä? Na, das ist Eisen hier. Was ist damit? In die Wolken zu picken. Du kannst nachher genug Eisen einsammeln. Glaub mir. Das ist erstmal... Auch schon wieder leer. Erstmal nicht so wichtig, sage ich jetzt mal. Also, ich muss looten, weil ich hab keine Energie mehr. Ich hab in der Toilette eine Flasche gefunden. Doch. Wisst ihr Bescheid? Ich hab vorhin so Scheiße in der Toilette gefunden. Ja, eine Scheißflasche war das wohl. Oder doch zum Strullern? So ein Scheiß. Auch jetzt hast du Pistollenteile gefunden. Sehr gut. Boah, leck, leck, leck. Den Felsen. So ist es nicht. Wenn ich an Zombie kommt. Alter, bis man den Felsen mal trifft, ne? Du musst nur draufziehen. Ja, das ist ja das Problem. Dafür hast du den rechten Stick. Nee, den linken. Nee, den rechten. Der linke ist im Laufen. Jetzt hätte ich dir fast auf die Füße jauen. Macht nix. Ich kann Aloe Vera Creme hermachen. Äh, hermachen. Alde Vera. Damit kann man sich die Füße eincremen dann, oder wie? Alde Vera. Nee, ich glaub, damit kann man sich... Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaub, damit kannst du dich heilen. Okay. Du kannst dich auch eincremen, weil Aloe Vera, ne? Jetzt hab ich schon wieder keine Axt mehr. Ja, nee, nimm's. Du hast jetzt grad Snoobys... Du hast jetzt grad Snoobys Witz geklaut. War überhaupt nicht witzig. Wie jetzt? Hä? Er hat gesagt, mit ne Eincremen kannst du dich dann eincremen. Nee, mit Aloe Vera Creme kannst du dich eincremen. Ja, ich weiß nicht, ob ich damit... Hä? Du kannst ja versuchen, das zu essen. Ich hab Eisen. Ist das nicht toll? Okay, die Aloe Vera Creme kannst du... Äh, davon kannst du Energie aufhören. Kannst du essen, wenn du das lieb bist. Das brauch ich definitiv. Und ja, was find ich denn jetzt die Axt wieder? Und die Werkzeuge. Ein Eisenverstärkerknüppel. Und den mach ich hier. Werkzeuge und Fallen. Also das Symbol genau in der Mitte. Das... Henry Ford, du hast ja eine Trafee verdient. Das neben der... Das neben der Gabel. In der Mitte, bei neun. Mitte? In der Mitte. Ja. Ja, neun. Links vier und rechts vier. Macht in der Mitte. Hä? 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 Scheiße, wa? Teile neun durch zwei. Links sind vier Symbole, rechts sind vier Symbole. Und in der Mitte ist genau eins. Das heißt, es ist genau die Mitte. Zähl nochmal nach. Ja, zähl nochmal nach, genau. Neun. Das macht doch trotzdem nix, wenn du genau in der Mitte bist. Dann hast du rechts vier und links vier. Die Mitte ist doch dann 4,5. Ja, ach Quatsch. Ja, das ist genau zwischen den Symbolen. Nein, das ist genau die Mitte. Nein. Onkel, sag doch auch mal was. Was soll ich denn sagen? Das ist ja hier reinster Kindergarten. Das ist trotzdem die Mitte. Okay, ich, ich sag nicht, äh. Wenn ich links Symbole, links vier Symbole hab und rechts vier Symbole. In der Mitte ein Symbol. Dann ist die Mitte die Mitte. Jetzt bau deine Steinaxt. Ich hab schon vier gebaut. Okay, ne. Oh, ey, dass man das immer ausrüsten muss und Tritra trulala. Hallo. Ja, nimmst du die Kacke jetzt, oder? Nein, gut. Wenn du deine Steinexte immer kaputt haust, dann kann ich dir leider auch nicht helfen. Ja, ich auch nicht. Kaputt haust? Ja, kaputt haust. Kaputt haust. Ein Schwein, ein Schwein. Hey, du schaust aber kaputt aus. Schwein, komm her. Ich hab einen Eisenknüppel. Du Schwein, du Sau. Wo seid ihr denn alle schon wieder hin? Ich jage ein Schwein. Einfach den Pfeilen auch. Ich bin jetzt hier einfach mal vorausgegangen, dass wir mal hier in uns sind. Wunderschlupf finden. Hier steht der Jahre auf der Stelle und streitet euch über die Mitte. Mist. So wird das nicht drin, so weinen. Alter, ich kann mir das richtig vorstellen, wenn wir wirklich so den Zombie-Apokalypse, weißt du? Und wir stehen da auf der Mitte und erzählen. Genau, alle rennen sie weg und verstecken sich für Bunger und die zwei stehen auf dem Feld und reden von der Mitte. Ja. Es war aber auch die Mitte. Oder es ist die Mitte. Was? Passt schon. Bei neun Symbolen sind links vier und rechts vier ist da die Mitte. So. Bei neun Symbolen ist es fünftige Mitte. Ja. Sagst du das so? Ja, geh doch, geh doch einfach mal. Du stehst doch genau vor. Du stehst doch genau vor. Alter, erschreck mich doch. Alter, wie kommst denn du so weit vor? Ich bin doch übelst weit vorgelaufen. Da ist mir wahrscheinlich hinterher gerannt, wo ich die Sau gejagt hab. Weil ich bin ja auch hier. Hey, die ist doch ne Sau. Du bist auch hier? Wo bist du? Ich hab's versucht, das geht irgendwie nicht. Ich treff die irgendwie nicht. Oder es wird nicht angezeigt, dass ich's treff. Die dumme Sau. Mein Gott, wir müssen doch mal ein Haus oder irgendwas finden. Das gibt's doch gar nicht. Sag doch, du findest hier keins. Ich hab bis jetzt noch keins gefunden, nicht eins. Na mal, Tracy, läufst du grad in mir, oder? Überall diese Ruin, Schweine. Was, Ruinen-Schweine? Ich hächel so, kann das sein? Da oben ist noch ne Ruine. Ne Ruine. Ne Ruine. Ich hab die Sau getroffen. Ich weiß ja nicht, was du hast. Ja, ich sag mir, mir geht's nicht anders. Das ist auch wieder nur ne blöde Ruine. Hä? Das hab ich jetzt ehrlich verstanden. Alter Sau, bleib mal stehen. Alte Sau. Ne, was? Triffst du nicht, glaub mir. Ich hab sie schon zweimal getroffen. Ja, liebe Freunde, und ab wir ein Haus finden. Das sehen wir im nächsten Part, oder? Ja, aber Ruin haben wir hier noch. Lieber Crazy. Ja, ob wir eine Sau finden oder nicht, wir wissen es nicht. Ein Haus. Oder eine Sau? Vielleicht auch eine Sau? Eine Sau in der Mitte. Nein, was? Ob der Snooby irgendwann wieder zurückkommt, wir wissen es nicht. Wir werden es in dem nächsten Part erfahren. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschöre.